Ich bin heute in Münzheim im Nordschwarzwald an einem Mobilfunkstandort der Telekom und treffe da Tanita von der Telekom Technik. Was machen wir hier heute? Wir haben hier Solarpanels aufgebaut und Flüssiggaskontainer und betreiben damit einen komplett autarken Mobilfunkstandort. Warum machen wir das? Weil wir als Telekom zum einen seit 2025 klimaneutral werden wollen und seit 2021 beziehen wir ja sogar unseren Strom aus erneuerbarer Energie. Und um das Ganze zu schaffen, haben wir hier so einen Standort und damit sparen wir 50 Prozent der CO2-Emissionen. Das ist auch immer ganz cool. Gibt es auch andere Technologien, mit denen wir sowas probieren, also Energie zu sparen? Ja, wir verproben auch Windkraft und Wasserstoff an anderen autarken Standorten. Jetzt bist du bei der Telekom Technik und in dem Bereich Nachhaltigkeit. Wie lange machst du das schon? Ich bin Energiemanagerin bei der Technik, den mache ich jetzt seit ein paar Monaten. Aber den Mobilfunk, den mache ich schon seit fünf Jahren. Das heißt, du bist so richtig in der Technik groß geworden und hast da auch die Ausbildung gemacht? Genau, also ich habe Wirtschaftsinformatik dual studiert. Bei der Telekom? Genau. Okay. Privat hast du auch eigentlich ganz gute Erfahrungen mit der Telekom gemacht? Darauf gehe ich eigentlich hinaus. Genau. Ich werde mich bald in die Babypause verabschieden, aber danach komme ich auch wieder. Schön, dass Sie uns hier getroffen haben. Viel Erfolg hier und danke fürs Zuschauen. Tschüss aus Münzheim. Tschüss aus Münzheim.